Was finden Sie typisch deutsch? Typisch deutsch? Ja. Dauerkraut. Weiß ich nicht. Meinen Sie, geht's doch am Weihnachtsmarkt oder wie? Okay. Oder egal was. Was denn? Was soll denn typisch deutsch sein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was essen Sie zu Weihnachten? Dauerbaden. Was machen Sie am Heiligabend? Bescherung. Kirche gehen abends. Haben Sie schon gute Vorsätze? Gute Vorsätze. Oh, haben wir viele. Gute Vorsätze sind gut. Gute Vorsätze vom FOMIA ausführen. Seit meiner Geburt, seit 53 Jahren. Okay, danke. Ist Wohnen in Münster toll? Warum? Ja, warum? Weil es nicht so rummelig ist und trotzdem eine schöne Stadt. In welcher Zeit können Sie Münster am besten besuchen? Oh ja. Alles grün. Münster ist jetzt eine Stadt. Okay. Und was finden Sie typisch deutsch? Was ist typisch deutsch? Grundlichkeit. Okay.